Untertitelung des ZDF, 2020 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 Arbeiter von Pumptown. Alle Minenarbeiter unter 12 Jahren. Lass sie nicht durch! Alle Minenarbeiter unter 12 Jahren. Und deshalb zur Militärzentrale. Arbeiter von Pumptown. Seien Sie stolz. Im letzten Minervatum wurde die Produktion um 8% gesteigert. Was wollen Sie hier? Lass uns das hin, dann können wir alle von Arzt kommen. Halt doch! Diese Fische sind nicht so gut. Sie sind nicht so gut! Umgehen Sie sie. Ich bleibe hier. Ihr umgeht sie. Sie müssen weiter hoch. Ruhe, alter Mann. Guck. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich, du wirst mir fehlen Selina! Das Serum spricht aus dir! Bitte! Untertitelung des ZDF, 2020 Versorgen Sie sie! Sie verblutet! Aber... Sie ist meine Tochter! Verdammt! Darf ich dich mal was fragen? Was? Bei Rourke ist es klar. Aber wie konnte eine Heilerin so tief sinken? Hältst du nie die Klappe? Im Krieg wurde ihr gesamtes Dorf von PSI ausgelöscht, als sie neutrale Städte verteidigt hat. Sie und Aka Hando waren die einzigen Überlebenden. Seher, Heiler oder Krieger, jeder Mensch muss seinem Schicksal bis zum Ende folgen. Es gibt keinen anderen Weg. Der Vorsprung! Rufen wir die Corsar an! Moment! Wir müssen die Minen zerstören. Prescott darf nichts bleiben. Wenn wir den Hauptgenerator im Zentrum überladen, fliegt alles in die Luft. Nein, Professor. Sie sind noch zu schwach. Am schnellsten müsste es gehen, wenn wir diese Schornsteine verschließen. Ich tue es. Ich auch! Beeinen Sie sich! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die PSI-Truppen werden bald hier sein, um aufzuräumen. Und wehe, du schubst mich. Los, Professor. Auf den Vorsprung. Du auch, Jack. Los, Professor. Auf den Vorsprung.